Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Heute wird es ein wenig spanisch. Damit meine ich weder eure nächtlichen Bettaktivitäten noch das Chabatta, das ich jetzt liebend gern bevorzugen würde für dieses Let's Play. Boah, was würde ich jetzt für ein Chabatta geben? Mh, lecker. Nein, wir spielen heute Sing Sound. Der sieht doch ein wenig spanisch aus. Hola, hola, señorita und so ein Zeug. Ich kann kein Spanisch, aber die üblichen Wörter halt, die kann ich nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, wir sind im Dschungel. Einigen von euch wird aufgefallen sein. Wir haben wieder ein Team von Feinsten. Da wollte keiner Support machen. Dann hat der ADC beschlossen, dann halt auch... Ähm... The Tech Speed, das gibt eben dazu, gell? Willkommen zu Summers Rift. Ähm... Was? Sing Sao, das nächste Rebracing, enttägt die 15 Bonus Physikal Damage und reduziert seine andere Abilities Cooldowns bei einem Sekunden. Der finalen Strikke oder knackt die Target into the air. Okay, gibt kein Leben dazu. Sing Sao, healt himself. Ach, da oben. Dann nehme ich das jetzt erst, weil ich mich dann aufheile. Und was ist die... Ich spiele nicht... Schellings beendet mit dem der Basic-Affekt der in ει. Ich hasse englisch Ich frage mich doch warum der jetzt hier warum sind die alter Minions haben gespawnt Okay dann Dribble mit All mit And we kill the tower fast Gut wenn alle mitgehen dann nutzen wir das gleiche aus So hier das Fiboblau machen So da hauen wir das Ding hier noch ganz kurz weg Und gehen alle drei auf die Mütze Mach der in der Z Boah das wäre so ein cooler Plan gewesen jetzt Echt So komm her Und dann gehen wir mal auf die Mitte Mein Kling Sehr schön Oh Aber das war natürlich nicht geplant Ein Feier wurde gespürt. Ich halte mich echt gut auf, in der Attacke dazu noch meinen Lebenstrang. Hilft mir gerade ungemein. Ich habe nicht erlebt, dass sie das 10. Wie hast du das? Ich habe dich verletzt. 15 Leben. Circa. Ich weiß nicht genau, wie viel Leben ich wirklich hatte, aber ich würde mich nicht zu ganz gewesen sein. Ich bin einfach Profi, muss man einfach sagen, deswegen habe ich gelebt. So. Da mal das nächste und jetzt gehen wir mal hier runter zu dem... Come. Und kill ihn mal. Ich hoffe, es wird was. Okay, wir haben momentan sogar ein Level über ihm. Habe ich schon, dass er mich gesehen ist. Go, go, go. So, ich bleibe aus meinem Rücken. Oder ich lasse, ich lasse das bei ihm. Jetzt schafft er es schon gegen den AD Carry. So. Ich habe 0-0-2. Das gerade eben hat nicht funktioniert. Das ist ein Game of Fight, Stelverdway. Zwei Mitleiner. Das ist gut. Ich habe die Blitze auf der Mitte gesehen. So. Auf, auf, auf und hoch damit und ich kriege Leben dazu. So sieht man das gerne. So. Und auch mehr genau. Und... Der Kali helfe ich gleich mal, glaube ich. Aber nicht schnitt. Es sei natürlich, ich stirbe sofort, dann helfe ich ihr nicht. Go, go, go. Ja, das war so klar. Oh, schade, 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 schade. Schade, dass ich den... Dass ich da jetzt nicht hinkommen bin. Ähm. Was kaufst du mir mit dem? Ich glaube, ich kauf mir mit dem nicht das, sondern ich kauf mir mit dem... Den Attack Damage hier. Sie fragt mich, warum ich jetzt gestorben bin. Soll ich sie mal fragen, warum sie den Typen da so viel tut? So. Mein King Kommand. Wir gehen, äh, zum Blue-Buff, der wird gleich da rein. Ich bin jetzt Level 5, nach dem Blue-Buff bin ich Level 6. Äh, auf der Mitte, keine Ahnung, was da los ist. Jetzt ist er zu dritt auf der Mitte, okay. Was ist mit dem Bukum da oben? Und so sieht das jemanden. No Flash-Blitz, Fizz. Akali, geh wieder hoch. Will hier noch das Vieh haben, wahrscheinlich, nee. Okay. Wollte grad' sagen, weil das wär'n sehr mega sinnlos. Sollte das eigentlich gar nicht brauche. So. Bin ich da? Ich komm hoch. Ich komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon! Nice. Sehr schön. Ich hab' den Silddrang, schauen, ob er. Also, unten hat er ja gewordet gehabt. Neue Problem. Ich passe auf, dass der jetzt nicht hochfraubt, weil das wäre, glaube ich, nicht so dolle. Der hat jetzt schon ganz schön gut Leben. Ich hab' auch meine Regenation und der NdG, weil ich aus der Säge die falsche Ruhmseiten mitgenommen habe. Ich hab' die vom Organa, also, mit dem Ganzen. Das tut mir jetzt, äh, im Endeffekt aber kein Bein abbrechen, wie man sieht. Es läuft trotzdem ganz gut. Nur Aktionen, Stroni Spink. Auf der Mitte läuft es jetzt besser, ich geh' nochmal hoch. Ich glaube, dass der Wukong gleich wieder auftaucht. Thanks for Blue. Da würde er jetzt die gleiche Akali angreifen. Glaube ich. Aktionen, Stroni Spink. Und, dass der Wukong gleich wieder auftaucht. Und, wo los geht's. Oh, no. Und, der Wukong hat sich gesloten. So, da geht's noch hoch. ich wollte mich noch aufhiel ich wollte mich gerade noch aufhiel an ihm schade 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 da ist er drin okay da muss ich mal ganz kurz niesen schau mal hoch was da hier oben mal sitzt ich hole mir währenddessen ganz kurz geschwindigkeitsstiefel besser gängen zu können der kalle geht rein das war es dann aber auch okay ich gehe mal hierher schon erstmal das zeug hier danach kann ich immer noch kommen oder falsch erwischt schön nicht schön aber hier sind wir sehr schön habe ich auch gekommen ist wukong ist runtergegangen dann gehe ich natürlich auch gleich runter so oh leute was ist denn hier los da habe ich jetzt die ulti leicht sinnlos verballert blitzkrieg blitzkrieg komm her los der mehr power als ich denke als man dachte als ich dachte ich habe 224 runtergehen kann ich jetzt gar nicht weil ich die ulti verballert habe das war doof eigentlich lag nicht in der absicht meines wesens und nicht in der absicht meines wesens und uuuuuuund meine kete komm 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 höhöhöhöhöhö stirb an der Verbrennung bitte komm schon Z, schneller Z, Z komm du hast- du hast ja Scheißschatten v hostessene so ok nachdem das auch geklärt wäre wohl ich mir als nächstes mal keine ahnung wie fühlt man sich sau denn eigentlich ich spiel ihn mal da wir keinen tank haben haben wir eigentlich wie sieht es aus wie ein 12 leute die magic gehen zeit geht ab hier kann ich auch okay und drei magic wird schwer im endgame Ich hab meine Team Ich hab meine Team Ich hab meine Team Okay So Nice So Da wollen wir mal Kann absolut gar nichts gemacht Ist aber nicht mein kleiner Und guten Nacht Ja das war ein Fehler von ihm vielleicht Was passiert wäre wenn er Eventuell Nicht seine Dings gemacht hat Sondern mich direkt Aber ich glaube es ist ja nicht Gebracht So Dann tun wir mal hier ein bisschen Aufräumen So Die Kuh von ihm ist mega geil Mit dem Hochschul von ihm macht mega Spaß So So Angriffsgeschwindigkeit Dann gucken wir mal ob ich hier gewonnen wurde Nicht Okay Dann gehts weiter So Bisschen mehr Angriffsspeed Dann kommt Bukong Der RedBub noch hier Der RedBub noch hier Der RedBub ist hier Klasse Ich hab ihn nicht bekommen Go go Erster Tod Ja die Ulti ist cool Warte Warte ein paar Sekunden noch Was war das denn? Oho was war das denn? Er konnte nur 3% neben mir noch runter Geh da mal weg Er hat Blitzel Crankle Hilfe 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 Er macht da aber auch nicht mit gell Der lässt einen auf Ich dachte nicht eine Zeit war das ist die Härte Ach der stirbt schon nicht Ach der stirbt schon nicht Da passiert schon nichts Ach was Der überlebt das Okay Dann geh ich mal hier mit einem Versteckten Stiefeln rein Damit ich doch schneller gangen kann Oder Feinden mit meiner Q hinterher laufen kann Um sie hochzustoßen Z stirbt Das war klar Das war klar Okay wenn Blitz ihn crabt ist er tot Ich hab jetzt Busch Das kann nicht sein Bahll ich hab Dungeon jewelry Ich hab Dungeon实 ich gehe einfach mal hier es ist die harte es ist die harte ich löp's nicht das haben die gegner so alles die haben alles ab die ad die gehen alle adi das heißt ich hole mir AP-Resistenz danach ich will mir natürlich erst mal dieses Ding hier fertig Dauert aber noch kurz Wollte ihr nicht killen mit dem wenigen Leben? Nö, macht er nicht Ok Hier glaube ich auch movement speed Nö In TechSpeak 60% An enemy has been slain Aber meine TechSpeak ist so schon nicht hoch Ich glaube ich hätte mir noch ein bisschen TechSpeak gönnen Oh, gönn die joh Kennst du gönn die? Das ist so doch von Gandalf So, hier gehen wir noch ein bisschen drauf Ich sehe das läuft gut bei denen Ich glaube die ganze gute Idee dass ich mich hochforme Ich glaube ich noch brauchen heute Ich brauche da auch meinen Taschentumor aber ich habe gerade keinen Das ist doof Only action So Und dann gehts auf zum Bluebuff Und dann gehts auf zum Bluebuff Und dann gehts auf zum Bluebuff Und dann bitte ich auch am besten einfach mal mal aus dem Debüsch raus Wenn ihr die Gegner auch hier wären nicht nur ich werde das hier erst mal das läuft doch trotzdem ganz gut Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja nicht, dann halt der! Na komm, die kriegen wir, oder? Der Warrior Spirit ist niemals gebrochen. Ein Alli hat gebrochen. Es wird geschafft! Na dann! der flash von mir war nicht schlecht da ist kein fix wieder schön dass die alle da stehen bleiben auch guck mal er geht rein ich meine wir haben akali dabei die kriegt den locker dauer und kann dann einfach wieder raus gehen aber na gut zu den sie vorscheinend ein sehr gutes item zu seinem physik sauer ich hol es einfach mal was gibt es alles dazu attack damage ability power attack speed critical ja warum nicht jetzt auf den attack speed bin gleich wieder da ich wurde glaube ich gerade gerufen